So, da sind wir zum Crafting Guide für die Gloves, die ich in meinem Aura-Stacker Guide bereits angesprochen habe und zwar, wie wir diese 8 Link Gloves bauen. Es ist recht einfach, ihr müsst aber ein paar gewisse Sachen befolgen. Zum einen möchte ich euch ganz kurz zeigen, was es zu beachten gibt. Und zwar, unser erster Schritt ist, dass wir uns Fingerless Silk Gloves kaufen mit Elder oder Shaper. Oder beides, wenn es beides gibt. Zur Suche könnt ihr das einfach so machen, ihr haut die Fingerless Silk Gloves rein, ihr macht mindestens Item Level 84. Das ist wichtig, das brauchen wir. Und dann heißt Shaper oder Elder Influence maximal 1. Beziehungsweise könnt ihr auch rein machen 2 und dann seht ihr direkt eine Base. Aber wenn ihr hier guckt, einfach nur eine Base, unabhängig von den Rolls, die hier drauf sind, kostet 6 Ex. Wenn wir das aber selbst bauen, was wir vorhaben, kostet das etwa 2 bis 3 Ex. Das Beste wäre für so eine Base, eine Item Level 84er zu nehmen, weil, das zeige ich euch ganz kurz, es gewisse Mods gibt, wenn ihr hier guckt, ein POEDB, wo überall eine 85 ist, hier zum Beispiel bei Accuracy, dann gibt es hier unten noch bei dem Elder Mod mit Socketed Gems, gibt es für Faster Attacks, gibt es noch einen extra Mod. Die wollen wir nicht treffen. Deswegen in der Theorie ist es so, dass die 84er Base die Beste ist, aber wie ihr sehen könnt, kostet so eine direkt mal 3 Ex. Das heißt, lasst das Item Level raus und sucht euch auch eine höhere zum Notfall, kostet halt deutlich weniger. Kauft einfach hier eine für 1 Ex und fertig seid ihr. Das nächste, was ihr machen müsst, ist, die gegensätzliche eure gekauften Fingerless kaufen und einfach mit einem Mod, also mit irgendeinem Influence Mod. Ich habe mir Shaper gekauft, das ist eine 84er Base, dafür habe ich bezahlt insgesamt 2 Ex. Und für diese zweite Base, die Elder, die einfach irgendein Influence Mod drauf ist, habe ich 5 Chaos bezahlt. Um zu gucken, ob ihr einen Influence Mod drauf habt, das seht ihr hier ganz einfach, wenn ihr Alt drückt, da heißt oft die Elder, ansonsten einfach Scour und Ice Spam, bis ihr irgendein Influence Mod habt. Es ist komplett egal, welchen ihr habt auf diesen beiden Bases, das spielt überhaupt keine Rolle. Das einzige Ziel ist, dass wir jetzt mit dieser Awakener Orb diese Hände, also Donator Item, auf unsere Fingerless Gloves machen. Und was wir hier für Mods rauskriegen, ist komplett egal, weil wir müssen das eh craften. Jetzt haben wir unsere Base geschaffen, unsere Shaper Elder Base, genau das, was wir wollen. Wir wollen die Shaper Elder Base, um das kurz euch zu zeigen, aus einem Grund. Und zwar hat Shaper den Mod drauf, Socketed Spells have Critical Strike Multiplier, also die Spells. Und der Elder Mod hat als Suffix drauf, Faster Casting. Das sind die beiden Mods, die wir wollen. Und wir kombinieren diese beiden Mods durch das Glyphic Fossil mit einem Essenz Mod. Das heißt, man könnte von der Theorie her auch die Essenz spammen. Habe ich davon eine? Ich glaube nicht. Die Insanity ist es, genau. Um das aber zu umgehen und damit wir viel, viel bessere Mods gleichzeitig treffen, nutzen wir auf keinen Fall eine Essenz, sondern wir nutzen eine Drei-Fossil-Kombination. Und zwar ist es, wie in meinem Guide auch zu stehen ist, falls ihr den noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch nochmal in der Videobeschreibung. Habe dazu auch ein Auer-Stacker-Guide-Video gemacht, könnt ihr euch sehr gerne auch anscheinend. Wir benutzen Etheric. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber es spielt jetzt keine Rolle. Glyphic und Shattering. Was das macht, ist, dass wir einmal mehr Caster Modifier haben. Caster Modifier ist unser Faster Casting. Dass wir ein Essenz Modifier haben. Das ist unser More Spell und Cast, also Attack und Cast Speed für Socketed Gems. Und das Letzte ist, dass wir More Speed Modifier haben und dafür keine Mana Modifier. Könnte man von der Theorie weglassen, aber erhöht halt nochmal die Chance, dass wir mehr Speed Modifier haben. Wir nutzen das direkt mal hier drauf und wir haben genau das getroffen, was wir wollen. Pass auf. Folgendes. Wir aimen, also wir wollen zwei Mods haben. Das ist einmal, ich ziehe mal hier meine aus, damit man es besser lesen kann. Wir wollen einmal den Socketed Gems have 16% More Attack and Cast Speed. Und der zweite Mod ist, den wir wollen, optimalerweise T1 Faster Casting. Was wir nun machen müssen, ist, wir haben hier T1 Chaos Resi, wir haben hier Frenzy und Kill. Das ist alles egal für uns. Wir müssen uns jetzt mit einer Null bewaffnen und hoffen, dass wir den letzten Suffix entfernen. Also das ist das Ziel im Endeffekt. Wir haben entfernt einen Prefix. Wir haben jetzt entfernt noch einen Prefix und jetzt ein 1 in 3 Chance. Wir haben das Falsche entfernt. Das passiert sehr oft. Also dass das nicht jetzt ungewöhnlich ist, das passiert einfach. Das heißt, es geht direkt weiter. Und wir versuchen den nächsten Try. Jetzt haben wir hier More Damage bekommen mit, also Overtime Damage. Das bringt uns leider gar nichts. Faster Casting haben wir hier nicht drauf. Das heißt, ihr spammt einfach so lange jetzt die Fossils durch, bis ihr nochmal die Combo habt. Das ist in der Regel, so hat man alle 3, 4 Trials, hat man einmal die Chance zu Nullen. Und hier haben wir wieder eins. Hier seht ihr das. Wir haben wieder unsere Faster Projectiles. Das ist jetzt nicht so wichtig für uns. Aber wir haben unsere More Attack Speed und wir haben unser Faster Casting. Und wir haben jetzt hier drauf Advanced Traps. Das wollen wir nicht. Also das ist wieder der Suffix, den wir wegbekommen müssen. Wir hauen jetzt die erste drauf. Und wir haben den Prefix weg. Und hier haben wir das Falsche gedauert. Wir haben jetzt diesmal wieder den Essenz Mods weggemacht. Das heißt, weiter geht's. Das ist immer so ein bisschen luckabhängig. Und normalerweise kriegt man das relativ schnell. Aber ihr seht halt, die Mods zu treffen mit dieser Fossil Kombination ist nicht wirklich so schwer. So, da sind wir bei unserem nächsten Try. Lucky diesmal, ne? Also ich habe sonst nie so oft T1 Faster Casting gehabt. Wir haben wieder jetzt hier die Chance. Wir müssen jetzt Live Regeneration wegmachen. Haben es leider wieder nicht getroffen. Das heißt, Fossil Spam geht weiter. So, jetzt haben wir den Fall. Das war direkt der nächste Try. Ihr habt es ja gesehen. Wir haben jetzt unsere Suffixes. Leider ist es kein Tier 1 Caster Casting. Aber wenn ihr einfach erstmal welche Gloves wollt, ist es zweitrangig und nicht so dramatisch. Was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir craften jetzt Suffixes cannot be changed, weil wir offenen Prefix haben. Und jetzt wollen wir den Crit Multi drauf bekommen. Und jetzt machen viele den Fehler. Macht es auf keinen Fall. Bitte benutzt nicht Reforge Crit. Das wäre falsch an der Stelle, weil wenn ihr kurz hier reinguckt, in den Suffixes, unter Crit haben wir hier oben einmal den Multiplier. Und wir haben den Attack Multiplier. Genau, hier. Das heißt, ihr habt eine 1 in 6 Chance, den T1 Crit Multi für Spells zu treffen. Wenn ihr Reforge Caster macht, weil das der einzige Caster Suffix ist, den wir treffen können, haben wir halt eher die Chance, weil es nur eine 1 in 3 Chance ist. Das heißt, deswegen darauf unbedingt achten. Das heißt, wir nehmen jetzt, wie ich gesagt habe, unser Casting, also Reforge Caster und hoffen, dass wir T1 treffen. Leider unlucky gewesen, wie ihr das seht. Ich habe jetzt nur einen T2 getroffen. Aber prinzipiell hättet ihr jetzt erstmal eure Glofs zum Anfang für das Build, also mit den Suffixes. Ich möchte natürlich nicht jetzt weiter craften. Ihr könntet das machen, wenn ihr das möchtet. Hat sogar ziemlich viel ES. Man könnte vielleicht einen N0 draufhauen. Wir machen das jetzt eh. Wir hauen jetzt einen N0 drauf und versuchen jetzt den Crit Multiplier wegzubekommen. Okay, ist zerstört. Wir können direkt neu loslegen. Wir haben direkt den Essence Mod getroffen. Das heißt, es geht wieder komplett zurück und wir müssen das wieder spammen, bis wir beim nächsten Mal das wieder haben. Das ist sowas. Jetzt haben wir mal was getroffen. Das ist so richtig ärgerlich. Ihr seht das. Wir haben alles getroffen, was wir wollen. Leider haben wir den falschen Essence Mod mit Soccer. The Jam. Steal. More. Dammit. Das ist passiert manchmal. Das ist so einfach nur dieses typische Unlucky sein. Hätte halt mega gut sein können. Man hätte nichts mehr machen müssen und wäre fertig gewesen. Aber so ist es nun mal. Leider. Jetzt habe ich mal was getroffen. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Es kann sein, dass ihr den Essence Mod mit dem Multi Mod habt. Falls das der Fall sein sollte, rollt einfach mit dem Fossil weiter. Weil Reefwatch Caster auf Gamblen Cast Speed lohnt sich nicht. Also das ist deutlich, deutlich schwerer. Wir haben jetzt hier wieder sowas. Wir versuchen jetzt Cold Rest weg zu entnullen. Haben uns wieder nicht getroffen. Das heißt, weiter geht es mit den Fossilen. Das ist auch mein letzter Trial. Das heißt, ich muss nochmal neue Fossil kaufen. Ihr seht natürlich nicht den nervigen Prozess des Kaufens. Aber so, jetzt haben wir mal was getroffen, was auch möglich ist. Und zwar kann es ja sein, dass ihr jetzt nicht more Attack and Cast Speed haben wollt. Zum Beispiel könnte man jetzt ohne Probleme auch, je nachdem, ob man mit Secrets of Suffering zum Beispiel spielt, könnte man jetzt diesen Crit Mod nehmen. Beim Crit Mod ist es natürlich genauso. Für mich ist es ja jetzt egal, was ich jetzt hier für ein Resultat an Gloves habe. Wir haben jetzt hier unser Faster Casting. Wir haben unsere Sockerted Gems am Crit. Das heißt, wir gehen wieder an unsere Bench. Hauen jetzt auf unsere Bench wieder Suffixes Cannot Be Changed drauf. Wir haben einen offenen Suffix, seht ihr ja hier. Und jetzt machen wir wieder Reforge Faster. Ein Haufen für den T1 Multi. Und wir haben ihn getroffen. Richtig, richtig gut. Wir haben jetzt innerhalb von... Was haben wir bezahlt? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich hatte am Anfang 19 Gliffic geholt. Dann nochmal 9 und hatte jetzt nochmal 4 geholt. Ich rechne mal, als hätte ich alle 4 geholt. Für 5 und 1. Das heißt, es sind 6,4 X. Dazu jeweils Shattering und Disty habe ich jeweils für 1 X each geholt. Also 40 Stück für 1 X. Das heißt, wir haben jetzt 40 verbraucht insgesamt. Ne, haben wir nicht. Wir haben ja... Sag mir einfach, wir hauen nochmal 2 X drauf. So, wir haben ja gar nicht verbraucht. Wir haben 2 mal Suffixes cannot be changed verbraucht. Das sind 12,4 X. Das heißt, wir sind jetzt... Wir gehen hoch ran bei 13 X. Wir haben jetzt für 13 X Triple T1 Suffixes getroffen. Ne, mit More Crit, Crit Multi und Suffixes. Die Harvest-Dinger habe ich ja selbst geformt. Die kosten 10 K, also die könnte man auch noch mit drauf bringen. Sagen wir 13 X einfach. Wir wollen jetzt noch den Faster Projectize drauf haben für Spark. Und zwar machen wir das genauso wie gerade eben. Wir gehen wieder an unsere Bench. Wir haben ja ein Prefix frei. Falls ihr keinen Prefix frei habt, dann benutzt ihr einfach diesen Craft hier. Reforge Rare Item Keeping All Suffixes. Kostet ungefähr 1 bis 1,5 X im TFT oder ihr formt euch halt selber. Ich habe mir selber schon mal vorgeformt, dass, falls ich in dem Video brauche, auch anwenden kann. Brauche ich aber nicht. Oh, hier muss ich noch schnell eine Flast verkaufen. Ja, mit 2 X, da muss ich einfach traden. Also, Dings. Egal. Machen wir jetzt hier weiter. Danke dir. Sind wir raus. Und zwar machen wir jetzt hier wieder Suffixes cannot be changed drauf. Ein Faster Projectize ist, wenn wir mal in unsere DB reinschauen, reinschauen. Ups, ich bin hier am falschen Tab gelandet. Hier sind wir. Ist unter einziger Prefix, den wir treffen können hier unten, der einen Speed Tag hat. Das heißt, den haben wir jetzt garantiert. Deswegen ist es halt immer komisch, wenn ich solche Glofs sehe und die Leute verkaufen die für 40, 50 X. Frag ich mich immer, warum? Weil die kann man, also ich habe so viele von diesen Glofs gebaut. Ich habe auch so viele im Double Corruption Tempel schon gelassen. Die sind, kosten halt einfach nicht 20 X. Also, die kosten weniger als 20 X. Ich habe noch nie für mehr die gecraftet oder craften müssen. Suffixes cannot be changed. Reforge Speed. Ist egal, ob more common oder solo. Ist komplett egal. Wir haben einen T2 getroffen, der solo drauf ist. Also, wir sehen das jetzt hier. Wir haben getroffen, einfach nur einen T2, ohne irgendwas anderes. Das ist sehr gut. Dann hauen wir das hier rein, geben hier Project-Teils ein und craften es drauf und sind fertig. Wir haben unsere Glofs. So einfach war es. Für, was haben wir insgesamt bezahlt? Was habe ich hier? 12,4 X. Okay, 2 X müssen wir jetzt natürlich noch drauf rechnen, weil wir haben ja nochmal Suffixes cannot be changed. Wir sind für unter 15 X für diese Glofs. Und ich würde dreist behaupten, jeder würde sagen, what? Also, einfach nur geil. Super preiswert. Ganz kurz noch, falls ihr, wie auf meinen Glofs, plus zwei Project-Teils haben möchtet, müsstet ihr das machen, was wir gerade eben gemacht haben. Ihr macht Suffixes cannot be changed. Reforge Speed. Dann habt ihr den Project-Teils drauf, wie ich ihn jetzt hier habe. Dann müsst ihr wieder Suffixes cannot be changed drauf machen. Dann müsst ihr im TFT oder selber vor allem den T4-Eisling. Dieser T4-Eisling muss dann den Mod Suffixes cannot be changed fressen. Wenn ihr das dann gemacht habt, craftet ihr da nach Conversion drauf. Eins dieser beiden. Ist komplett egal welches. Geht nur ums Blocken. Anwählt dann und hofft, dass ihr plus zwei habt. Aber der Schritt, der ist so absurd manchmal. Also, ich habe ihn vom ersten Mal treffen mit einem Eisling gekriegt bis zum 13. Mal nicht. Also, man muss ja die 50-50 treffen, dass man den Suffixes cannot be changed trifft. Und dann muss man noch beim Anwählen lucky sein, dass es plus zwei Projectile-Gems ist. Also, ich würde empfehlen, falls ihr jetzt nicht gerade für mega krass perfekte Gloves geht, lasst das mit dem plus eins Projectile drauf. Und von mir aus haut ein Ex jetzt am Ende drauf. Also, ihr könntet ihr sie hier ohne Probleme einfach noch ein Ex draufhauen. Habt vielleicht noch, was weiß ich, vielleicht habt ihr Live, vielleicht habt ihr ES, was ihr auch immer noch braucht. Auf jeden Fall, falls es euch gefallen hat und geholfen hat, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann, euer PJ. Ciao.